fahrer raus? ja fahrer ist tot, fahrer ist tot, fahrer ist tot fahrer ist tot, fahrer ist tot ist er nicht? doch ok, jetzt hat noch sehr geblutet bisschen angst nicht schießen wir können von ihr tanken hervorragend was soll er tut er? ja, wir sind jedenfalls getankt ist das einer von euch im ok, der hat die Tunguska betroffen da ist ein Metis genau auf der Straße auf der Straße hinter dem Tunguska ich seh's nicht Moment, ich fahr weg Scruffy, setz mal ein Stück zurück ich hab ihn gesehen das ändert nichts, die stehen auf der anderen Seite da steht halt brennende Tunguska, ich seh's ist der gerade er hat unter dem LKW durchgeschossen hab ihn, hab ihn ne, genau dazwischen bei mir kam der unter Steffis LKW durch der steht neben ihm der steht neben ihm den treff ich was war das? es war ein steigt aus und rennt warum hast du unseren Panzer kaputt gemacht? damit die Russen ihn nicht kriegen die die